huiuiui herzlich willkommen zurück zu wir jagen ein riesen obwohl wir überhaupt keine skills dafür haben was ist hier eigentlich los schleichen rennen irgendwie ist die tastenbelegung immer noch doof ich muss ja mal was verändern also noch mal steuerungen rennen bin ich eigentlich so langsam hi Sven na du Tomate ich bin nicht überladen und hier hängt irgendwo der Riese rum ich bin nicht überladen jetzt 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 ich bin wir ich Irgendwas ist hier mit meiner Randentaste kaputt. Jetzt schleichen. Jetzt sind sie schön abschminkend. Und nochmal. Bei mir ist Rennen irgendwie kaputt. Ja, Sven, mach ihn fertig. Ha! Hey, das ist cool. Wir haben echt ein Rion geschafft! Oder die Hilfe. Äh! Fell! Gold! Pfeile! Boah, alter Verwalter! Wir haben mit Level 2 einen Riesen gekillt. Sven, wir sind ein geiles Team, muss man ja echt mal sagen. Wir haben jetzt fast vor Herzinfarkten die Hose gemacht. Hier am Wegesrand brauche ich vor lauter Schreck erstmal noch ein paar Kräuter. Wir haben echt einen Riesen gekillt. Mit Level 2! Ja, da können sich Leute mal was abschneiden von mir. Aber bitte nicht mehr als eine halbe Scheibe. Die restlichen brauche ich gerade für mich. So! Wir haben es geschafft. Zum Glück wusste ich noch, dass man unter der Brücke lang kann, dass da die großen Tiere und auch die Riesen nicht durchkommen. Das hat mir echt den Hintern gerettet. Sven war auch da. Regel Nummer 1, niemals allein gegen einen Riesen, weil man noch am Anfang ist. Regel Nummer 2, keine deiner Möglichkeiten. Wegrennen und immer wieder angreifen ist durchaus eine gute Möglichkeit. Schaut mal, hier ist überall Weizen. Und Hühnereier lassen wir auch nicht da. Dieses ganze Weizen nehme ich jetzt noch mit. Das brauchen wir unbedingt. Wow. Ja. Weil die letzte Folge so ellenlang war, wird diese eben ein bisschen kürzer. Mit dem Blick auf den, ähm, wie hieß das? Eichfurchenhof? Beende ich mal diese schöne Folge. Vielen Dank fürs Zugucken. Und wenn euch die Folgen gefallen, schreibt mir ruhig mal einen Kommentar. Bis zur nächsten Folge. Eure Biennalu. Ciao!